Er hat schon 1 Sekunde verloren in seine 2. Zwischenzeit! Nur noch 36 Sekunden! Das wird Goldmedaille werden! Jawoll! Das kann ich jetzt schon verschreien! Es geht zwar noch 10 Sekunden und jetzt hat er sogar Rückstand! Robert Baumann! Gold! 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 Für Luca Erni von Platz 30 auf Rog 1! Das geht schon gar nicht! Das geht schon gar nicht! Juhuhu! Pardon! Für die Eruption! Aber das ist einfach ein riesiges Gesicht! Das ist sensationell! Das gibt es ja gar nicht! Weltmeister Luca Erni und mit Mauro Kavietzel haben wir auch noch eine Bronze Medaille! Das muss man zuerst verarbeiten! Das ist ja der reinste Wahnsinn! Das ist unglaublich! Das ist bombastisch! Das ist fantastisch! Weltmeister in der alpinen Kombination für Luca Erni aus Grossochstetten, 2. Marcel Hirscher und Brassenmedaille für Mauro Kavietzel! Ich danke! Ich danke! Ich danke! Ich danke! Ich danke!